Es ist das allgegenwärtige Thema in allen Bereichen, einen Partner zu haben und nicht fünf Insellösungen zu haben. Vier Pläne, mehr als 800 Mitarbeiter und ein annuales Verkaufsvolumen von ca. 200 Millionen Euro. Wiesbauer ist Austria's Nummer one für kürte Sausage. Uns gibt es seit 1931, gegründet von der Familie Wiesbauer. Wir sind jetzt in der dritten Generation. Seit 2008, seit zehn Jahren, bin ich der Geschäftsführer der Firma Wiesbauer. Bin auch gelernter Fleischhauer und habe eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Everything from a single source. This philosophy has served the sausage manufacturer well when it comes to information technology. For Wiesbauer, CSB's industry-specific software is not only a technical support, but it's at the heart of the company. Wenn ich mich nicht auf meine Software, auf meine Hardware, auf meine Techniken verlassen kann, dann kann ich meinen Kunden meine Dienstleistung nicht garantieren. Und dann wird er entlang mein Kunde sein. Und deswegen ist das ein immens wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Enterprise Resource Planning, Labeling, Logistics and Traceability. At Wiesbauer, everyone works with the same system. Das ist sicherlich die größte Stärke bzw. der größte Vorteil, wenn man einen Partner hat und wenn man eine Systematik hat, die so miteinander verzahnt ist. Durch die Systeme von CSB sind wir sicherlich in vielen Bereichen sehr rationalisiert. Vital data, like key performance indicators from production, sales volumes and gross margins, are available at the press of a button. This transparency helps make the right decisions in the day-to-day business. Sehr oft gehe ich in die Kalkulation rein. Ich schaue mir auch Auswertungen natürlich an, Kundenauswertungen, Bestellrhythmen. Du hast heute nicht mehr beim Kunden die Zeit in der Entscheidungsphase lang herum zu überlegen, sondern ich will gerade Aussagen knackig und sofort entscheiden können über Ja oder Nicht-Ja. Wiesbauer found the ideal Partner for the further digitization of the company. Wenn ich was will, wenn ich was brauche, ich werde angehört, man wird ernst genommen und es wird entwickelt. So beurteile ich meine Zusammenarbeit mit CSB und das mag ich nicht missen.